du musst mal porno streamen ja unbedingt das sagst du das wäre das ist ein erfolgsrezept ja ich glaube auch schön wärs schön wärs mit live reaction hier ein paar haircuts zu verteilen ich zeig dir wie das jetzt geht ich hoffe ich scheiß nicht vollkommen rein einfach mal drauf rennen ohne zu wissen was die machen siehst du machst einfach mein headshot machst einfach manager dann behaust du deine old hin weil die hier gerade rotieren und da sind ja zwei nicht so schlimm rennt jetzt einfach dem cypher ohne respekt hier entgegen ohne respekt wo ist er was den zweiten headshot sind sie weg einfach einfach mal zu einfach wir hatten gerade eine eko wir haben den spike zwei leute 3 von 5 wie konnte die das überleben aber ich gebe ihr fünf schüsse dem body dann habt ihr 80 damage gemacht 3 von 5 3 von 5 ein gegner noch zehn sekunden einfach liegen lassen jetzt freakel schön gegner eliminiert ein aim ist da tschüss alter war der clean junge der war auch clean die hat auch ein header die hat auch ein header aber skin nice also ja wenn man dings ja zu risiken und nebenwirkungen fragen sie die packungsbeilage und lesen sie ihren arzt oder apotheker mit movement 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 hat sie doch mal an der lackt komplett rein brand komm jetzt machen move warte das ist ja nicht das ist ja nicht kein entkommen yo speck da es war das moment dass er er nicht du wurdest jetzt leider gerade für fünf sekunden ins timeout versetzt weil ich mein nightbot noch nicht eingestellt habe das tut mir leid ja und jetzt auf dem spot auf dem spot run and gun und das verkauft sich ne ja aber das wird ja nicht zu lange nö 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 nö